Hallo meine lieben Witter, für den August 2023 haben wir hier euer Tarot Reading und wir sehen hier ein Problem in Beziehungen. Und zwar habt ihr vielleicht einen Partner, den ihr sehr liebt, aber, und jetzt kommt das große Aber, andere Leute in eurer Umgebung sind mit diesem Partner nicht zufrieden. Hier gibt es Konflikte, hier gibt es Menschen, die zu dir sagen, du verlass diesen Partner, der ist nicht gut für dich, der ist doch nichts. Lass den sein, das führt doch zu nichts. Also du hast ständig diese Attacken von außen auf die Beziehung und du bist in einem Moment der Ratlosigkeit. Du weißt nicht mehr, was du tun sollst. Sollst du gehen, sollst du bleiben und man sieht hier auch deutlich, du wägst deine Optionen ab. Du überlegst, was zu tun ist. Soll ich meine Familie oder meine Freunde, die da diesen Partner kritisieren, hinter mir lassen oder den Partner? Was soll ich tun? Aber nachdem ich hier die zwei der Kelche sehe, sehe ich zwei Menschen, die füreinander geschaffen sind und die sich sehr lieben, weshalb du im Endeffekt dann wahrscheinlich sagen wirst, danke, ich kehre den Menschen, die ständig meine Beziehung bekritteln, den Rücken und mache mich auf zu besseren Ufern, wo es mir besser geht und wo ich und auch mein Partner wertgeschätzt werden. Für die berufliche Frage kam heraus der König der Stäbe, was mich sehr freut für dich, weil das bedeutet, du bist beruflich on top. Über die beruflichen Fragen musst du dir im August keine Sorgen machen. Hier wird ausgesagt, dass du in deinem Element bist. Der König der Stäbe ist ja ein Feuerzeichen und du bist als Witter ein Feuerzeichen geborener. Das heißt, du bist hier in einer Macht- oder Führungsposition. Entweder du bist selbstständig oder du bekommst die Chance, dass du vielleicht ein Teamleiter wirst oder dergleichen oder vielleicht bist du es auch schon. Es ist auf jeden Fall eine Tätigkeit hier, die dir Freude macht, die kreativ ist, die Wachstum verspricht auch und wir haben auch den göttlichen Schutz dabei durch diese Echse. Das heißt hier beruflich, da bist du sehr gut aufgestellt, da bist du sehr, sehr kräftig. Jetzt schauen wir uns noch einmal an, ob vielleicht hier für diese Liebesfrage noch etwas kommt. Kriegen wir für den Witter vielleicht eine Karte bezüglich der Liebe? Für den Witter im August 2023. Ja, wir haben hier Freundschaft. Also Netzwerken und neue Freundschaften werden hier gebildet. Vielleicht, weil du eben gesagt hast, okay, ich bewege mich von diesem anderen Freundeskreis weg. Ich gehe dorthin, wo wirklich alle für einen, einer für alle sind, wo ich nicht mehr kritisiert werde. Für meine Beziehungsentscheidungen im Speziellen. Vielleicht werden auch für alle anderen, die dieses Beziehungsproblem hier nicht haben, sich im August neue Freundschaften ergeben. Und dann schauen wir noch in das Coffee Cup Oracle. Was bekommen wir für den Witter im August? Gibt es da vielleicht kleine Hinweise? Für den Witter im August. Dankeschön. Oh, wie schön. Wir haben das Herz für die Liebe. Wie ich euch schon gesagt habe, es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr euch für die Liebe entscheiden werdet und gegen die Personen, die eure Liebe bekritteln. Also das ist hier ganz offensichtlich, dass die Liebe groß ist, die Beziehung ist stark und man kann dann hier ruhig sich das leisten, dass man ein Umfeld hinter sich lässt, das nicht mit dieser neuen Liebe klarkommt. Das ist vollkommen okay und da musst du dich auch nicht schuldig fühlen, wenn du das hinter dir lässt. Dann schauen wir noch, ob wir ein Krafttier bekommen für dich. Was ist das Krafttier für die Witter im August? Wie schön, wir haben die Giraffe. Die hat natürlich einen exorbitanten Weitblick. Hier steht, nichts und niemanden verurteilen, damit ein echter Frieden entstehen kann. Das heißt, du wirst die Menschen, die du dahinter dir lässt, auch nicht extra noch einmal verurteilen oder irgendwelche Altlasten mit dir herumschleppen oder irgendwie längerfristig sauer auf diese Leute sein, sondern du wirst einfach sagen, gut, passt, ich akzeptiere eure Entscheidung, aber meine Entscheidung ist, dass ich mit meinem Partner mitgehe und dementsprechend lässt du die dann auch ohne Altlasten hinter dir. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like unter diesem Video, abonniere den Kanal und lass mich in den Comments wissen, wie es dir gefallen hat. Wir sehen uns, tschüss.